. Gerade Dezember kann hart sein. Trotz dieser düsteren Stimmung gehst du halt raus und gehst ins Wasser. Nach der zehnten Welle, die man tauchen muss, denkst du gar nicht, ich kann nicht, wenn mein Kopf explodiert. Der Traum war immer, mit der Kamera ins Wasser zu gehen, das Dabeisein und die Energie zu spüren, die das Meer hat. .